Ich seh den Bullen noch nicht mal Ich weiß was ich schon mal ne Waffe zu nem Rucksack, damit sie nicht abgezogen wird Fertig Fertig, ich seh das nicht Viel zu OP Ja, da sind zwei Leute im Willfield, komm wir nehmen alle unsere Kräfte und unsere Bullen, um eine Person auszunehmen Ja Joel, die sind drei Bullen bei mir, ne? Und sie möchtest töten, lieber Eusei Kommt Kommt, tötet mich doch, ist mir doch scheißegal, ich könnt nicht nur unfair spielen So, got them Scheiß Bullen Oh, guck mal, ich steh hier einfach, uuuh, uuuh Ach, so lange werdet ihr mich eh nicht mehr haben Ich könnt eh nur unfair spielen Weißt du, für zwei Leute soll ich acht Bullen schicken oder so, weißt du Was ich eigentlich gar nicht darf, was eigentlich Banngrund ist, aber Ach, am türkisen Container ist einer Ja, also nimmst du Micas Deckung, weißt du, Hauptsache Micas Deckung nehmen Weißt du was, Joel, er schießt Micas einfach Ach, ich brauch keine Sicherheit, oh ne Scheiß Ja, Joel, ich bin gleich im Auto Ja, Joel, ich bin gleich im Auto Wer knackt da gerade im Auto Ja, Joel, der knackt da gerade im Auto Ja, ich Ah, geht's doch, dann kann er doch mal jemand antworten Ja, Joel